ja meine freunde das nächste gehäuse lc power ihr habt gesehen das ist das so genannte gaming 810 b dark carol x atx gaming gehäuse das wo wir uns heute anschauen der normales gehäuse also exotische dinge und einheit sogar geschrieben alt altmodisch und altbacken also naja gut das muss jeder für sich entscheiden hier habe ich jetzt wieder ein normales atx gehäuse wir fangen vielleicht hier hinten an wir sehen hier slotblende das heißt 1 2 3 4 5 6 7 stück deshalb ist also für atx wir haben zwei vertikale also wer eine dünnere grafikkarte hat also drei slot karte würde wahrscheinlich nicht passen ja aber eine zwei slot wird auch wahrscheinlich hier einkommen dann können wir uns das genau anschauen dann haben wir hier kommt netzteil netzteil hat hier unten noch so ein bisschen gummi unterlagen ist auch ganz gut immer wir haben hier einen vorinstallierten rgb lüfter das natürlich auch gleich alles mal an dann kommen wir hier zur seite vielleicht ihr wisst ich habe ja immer so filz gleiter darunter dann können wir uns auch die unterseite schon mal anschauen ja damit dass hier auf dem tisch ein bisschen besser rutscht hier sind zum beispiel der festplatten schacht hier hat man staubfilter der ist jetzt hier nur so reingeklickt aber ich sage immer naja wann macht man den sauber wie oft macht man den sauber kann man dann rausnehmen den kann man schön unter dem wasser auch schön sauber machen oder nun staubsauger ansonsten ist hier unten aber schön alles dicht ist immer ganz wichtig dass sonst kein staub reinkommen dann schauen wir uns vielleicht mal die obere front an was haben wir für anschlüsse eigentlich alles was wir brauchen wir haben hier den so genannten power schalter wir haben hier diesen led schalter wir haben usb 3.0 wir haben kopfhörer mikrofon noch mal usb 3.0 wir haben den typ c und wir haben auch noch ein reset schalter das heißt also das ist alles soweit moment das ist der led schalter das ist der reset also das ist led schalter hier haben wir also ein reset alles was wir brauchen ist eigentlich da wir sehen hier oben auch sehr viel mensch schöner großer staubfilter das ganze wieder abdeckt schwarz ist es und von der front her können wir auch schon mal gucken sieht sehr stylisch aus finde ich mal was anderes das ist aber metall zum metallgitter ist auch verschraubt hier oben mir mal einen ganz anderen eindruck wie so glatt oder nur mensch so gewählt hier also das ist schon mal eine schöne sache hier dann kommen wir zur seite schrauben wir auf gucken wir einfach mal wie das aussieht schrauben halten aber von alleine muss man nicht wegnehmen einmal dran ziehen dann kann man die abnehmen auch schon mal hier auf seite und da fällt uns natürlich direkt was ins auge was fällt uns ins auge dass wir hier schon einen vorinstallierten controller haben das heißt den wir dann hier vom gehäuse aus steuern können den wir aber auch wahrscheinlich gucken wir uns jetzt alles an über sport anschließen können und dann das ganze natürlich über die software vom bord her steuern können wollen ja viele haben die sagen naja aber ich finde eigentlich hier oben hast du mal schneller gedrückt und farbe gewechselt als wenn du wieder die software aber wie es auch wieder so ein ding für sich das muss jeder für sich entscheiden das hier sehr schön dass man da einfach mal schnell drückt und dann kannst du die farbe wechseln jetzt machen wir erstmal die ganzen kabel sachen hier ab diese drähte kann man natürlich daher wieder benutzen wer die drähte also nachher benutzen möchte die kann man dann auch wieder fürs kabelmanagement oder event eben kabel bin doch so teuer sind kabel bin da nicht so dann haben wir hier zweimal für 2,5 zoll festplatte wer es noch haben sollte und hier unten haben wir einen schacht für 3,5 zoll auch für zwei stück auch schon mal ganz wichtig also wir haben hier viel platz noch für festplatten wir haben platz für den controller der ist hier jetzt nur so ein bisschen glaube ich festgemacht was ob der schon ganz fest ist der ist einfach nur mit zwei kleinen magnetchen hält er also hier die kannst du also auch hier könnt ihr euch stehen hier hinsetzen ihr könnt die sachen ab da hinsetzen also ist alles möglich dann haben wir hier unten noch ein beutel ach guck mal ja von wegen da haben wir sogar eine fernbedienung dabei das heißt wir können das ganze auch mit der fernbedienung bedienen das heißt da muss ich noch nicht mal hier oben drücken das heißt ich kann mir die fernbedienung daneben legen und da kann ich natürlich hier wunderbar dann die sachen umschalten gucken wir gleich wie es aussieht dann haben wir hier noch so zwei komische plastik halter dann haben wir die ganzen schrauben die wir brauchen ja das ist hier in dem beutel drin dann haben wir hier noch einen kleinen beipack zettel hier steht wahrscheinlich noch mal dran was alles einpasst wie alles passt die ganzen anschlüsse könnt ihr dann auch noch mal nachlesen schaut also genau was an radiatoren angegeben ist schaut was an wasser kühlungen angegeben ist das ist immer wichtig denn wenn es nachher nicht passt dann ärgert man sich also das ist immer ganz wichtig darum setze ich euch immer den link unten rein und dann könnt ihr ganz einfach auf den link gehen dann kommt ihr auf die seite von dem gehäuse und dann könnt ihr euch da alles anschauen technische daten lüfter max umdrehungen weiß ich alles was so wichtig ist könnt ihr da doch mal genau nachschauen so gucken wir mal der kasten ist hier auch mit einer rendelschraube hier unten der festplatten käfig was bedrückt zu werden ja jetzt aber jetzt ja das heißt hier unten da sitzt noch so ein hebel dann müsst ihr so ein bisschen drauf drücken und dann kriegt den käfig auch raus könnt ihr eure festplatten montieren so wie es aussieht passt hier oben sogar noch eine dritte 2,5 zoll festplatte drauf das heißt hier zwei mal 3,5 hier oben drauf sogar noch mal eine 2,5 festplatte wer es nicht braucht kann es rausnehmen hat mehr platz für kabelmanagement später fliegen mal auf leite weil ich werde sowieso nicht brauchen dann haben wir hier natürlich mache ich das mal hier ich habe ja hier so einen kleinen schrauber das ist eben das was was mich stört so ein bisschen ich habe den auch schon lange diesen schrauber aber was mich dann fallen euch die schrauben jeweils immer runter und darum bin ich immer der meinung wenn man hier so ein leicht magnetischen schraubendreher hat da ist ja nichts hier schraubendreher bevor ich das falsche sage da bleibt die schraube hängen und da fällt die nicht immer runter also die käfige hier die sind wohl aus plastik also nix jetzt aus metall die sind aus kunststoff aber wie gesagt das ist ja nun egal wo die festplatte eigentlich drin hängt dann haben wir den auch schon jetzt haben wir natürlich hier auch platz viel ist es nicht wir haben hier knappe drei zweieinhalb bis drei zentimeter platz für kabelmanagement dafür haben wir aber auch viele haken wo wir die kabel dann schön verbinden können wir können dann auch hier unten wenn wir die kabel je nachdem verlegen können wir das teil auch hier unten reinschieben also auch möglich da muss man die kabel so bisschen mal sortieren so was haben wir noch an von anschlüsse habe ich eigentlich schon gesagt wir haben den typ c wir haben das front panel mit power power led hdd led reset wir haben den usb 3.0 stecker und wir haben wie kann das anders sein da sind sie wieder die bunten kabel ein audio anschluss ja also das haben wir alles dabei dann wie gesagt der controller hier ist hier eigentlich schon alles angeschlossen denn wir haben insgesamt 44 rgb lüfter schon verbaut und das hier ist jetzt der controller hier stecken aber auch schon die lüfter das sind drei pin lüfter die anschlüsse sind aber auch für vier pin geeignet das heißt wir also hier andere lüfter nehmen möchte kann natürlich hier auch ein 4 pin lüfter anschließen also sind das sind immer 4 wir haben wir jetzt die dabei sind die original verbaut sind sind drei pin lüfter stecken wir gleich einfach mal ein wir haben hier die anschlüsse fürs bord einmal den pvm anschluss ist wahrscheinlich über dc wird es laufen oder auch pvm aber hier haben wir noch ein satel anschluss für strom das ganze wird mit strom versorgt platz haben wir auch schon soweit klar und das schöne ist hier bei dem gehäuse wieder wie wir es schon öfters jetzt gehabt haben wir haben hier also eine sogenannte türe jetzt noch folie drauf nicht wundern da kann man den griff hier nach vorne und dann kannst du mit dem finger und dann hast du hier den innenplatz ja vorsicht der kippt nämlich bisschen wenn man die türe hinten nicht drin hat dann können wir die türe aber auch aushebeln das sehen wir natürlich auch wunderbar hier ist noch von innen und auch von außen folie ansonsten ist das ding glasklar was uns dann auch noch mal auffällt hier haben wir direkt schon einen sogenannten grafikkartenhalter drin den wir natürlich auch hier variieren können der ist hier mit dicken gummies ausgestattet dass wir die grafikkarte auch nicht zerkratzen die können wir dann also auch noch mal schön stützen vier lüfter verbaut das ganze geht bis atx wir haben durch reichen wir haben hier durch reichen zwar ohne gummies viele sagen ja die gummies fliegen sowieso manchmal raus oder drücken sie auf seite darum hier haben wir jetzt keine gummies hier haben wir noch mal ein fenster wer also schönes netzteil hat dann kann man auch hier von der seite drauf gucken wem das jetzt stören sollte habe ich auch schon gehabt dann kann man je nachdem hier auf das netzteil was leben oder eben hier einfach was vorsetzen habe ich auch schon passt auch je nachdem kann man noch einen schönen schriftzug drauf machen je nachdem also ich hatte das mal auf das netzteil geklebt ich glaube schwarze folie und dann in weiß kann man dann noch was drauf schreiben wer das machen möchte sind so ideen die ich ja auch schon selber verwirklicht habe jetzt gucken wir mal die front die kann man einfach abziehen hier bleibt natürlich auch nichts hängen das heißt sie sind keine kabel dran die front kann man einfach ab machen das ganze ist kunststoff und wie gesagt das mesh gitter das ist aus metall und dann sehen wir hier auch schon wieder die vor installierten lüfter und die wollen wir natürlich jetzt auch mal ausprobieren staubfilter haben wir hier dementsprechend kein außer eben das mesh hier das kann man dann auch mal absaugen ja das heißt bedient gleichzeitig auch als staubfilter ist auch sehr fein jetzt nicht so fein wie ein staubfilter je nachdem aber ich sage immer man kann so viel staubfilter haben wie man will trotzdem verstaubt von innen irgendwie also viele wissen das mittlerweile auch gut dann haben wir das auch schon und wer jetzt sagt okay eine schöne io kann man in die front setzen 360 wir können aber auch unter dem deckel eine 360er setzen also keine 420 oder 280 alles 360 oder 240 ist auch möglich wir können hier unten auch noch lüfter installieren da haben wir hier also die gewinde alle für da da braucht man also etwas längere schrauben weiß gar nicht ob die hier dabei sind gucken wir mal rein sieht nicht so aus dass die dabei sind je nachdem kann man auch normale m3 schrauben nehmen die müssten eigentlich passen ich guck mal ich habe jetzt gerade m3 schrauben da kriegst du eigentlich in jedem baumarkt und gucken wir mal ja passt wunderbar also die halten da kann ich das ganze gehäuse dann hochziehen also ganz normale m3 x 30 da auch wieder bedient wenn ihr sagt ich lebe nun hier lieber hier unten auch noch mal die lüfter sieht manchmal sehr schön aus vor allen dingen kriegt die grafikkarte das ganze system dann noch mal noch mal frisch luft und dann würde ich hier oben zum beispiel die io einbauen und dann hast du hier von der front schön rein luft von unten wenn du die lüfter installieren willst auch noch mal luft hier hinten raus und oben die frischluft raus für den radiator da hat man auch eine vernünftige kühlung vernünftem airflor also das sieht alles dementsprechend gut aus ich mache auch mal den staubfilter jetzt hier ab den lege ich auch mal auf seite dann kann man hier sehen hier oben auch alles mesh das ist jetzt hier ein großes mesh da sieht man auch damit da also die warme luft schön nach oben weg kann ja dann haben wir eigentlich alles jetzt gucken wir uns die lüfter an hören uns und gucken mal ob wir da auch irgendwie eine drehzahl sehen können das heißt ich fließe das ganze jetzt hier mal an dafür mache ich aber auch hier mal die ganzen käbelchen ab so meine freunde ich habe sie jetzt langsam gesteuert bekommen gehört aber nicht über den controller das heißt über diesen vier pin adapter der dabei ist ja der daran ist sondern ich habe die jetzt einzeln mit einem y kabel das heißt ich habe hier so einen fünffach glaube ich oder so zu sagen jetzt weiß ich gar nicht y kabel angeschlossen und ihr seht hinten ich zeige euch das mal sonst glauben was viele nicht da hinten ist mein aquaro die laufen jetzt mit 484 umdrehungen ja die kann ich auch sogar bis auf null runtersetzen also wenn man die normal anschließt auf eure fan 1 fan 2 3 und so weiter ich weiß nicht wie viele anschlüsse ihr habt einfach über den fan anschluss eigentlich alle vier dran anschließen mit einem y kabel oder wenn ihr so viele lüfter anschlüsse habt könnt ihr auch überall wo ihr platz hat einstecken und dann könnt ihr die über dc wie jetzt hier am aquaro auch wunderbar leise steuern gehört hier nichts wenn er was hört dann ist es hinten läuft man rechner auch gerade läuft da was da ist ein bisschen last drauf darum drehen die lüfter da ein bisschen höher aber die hier die hört man hier wirklich gar nicht also das ist jetzt wirklich wahnsinn ja richtig toll also das ist wirklich eine ganz tolle sache wenn man die dann über den normalen fan anschluss anschließt warum es über den controller nicht geht kann ich euch leider nicht sagen ich habe da jetzt wirklich alles probiert weiß ich ob da irgendwie ich da irgendwie falsch denken habe aber die led läuft über den controller wunderbar könnte also entweder mit der fernbedienung oder ihr könnt es auf das bord anschließen das habe ich alles probiert das funktioniert wunderbar oder hier oben auf dem led taster dann müsst dann könnt ihr dann auch hier über den knopf aber ich bin der meinung fernbedienung ist das einfachste also wenn ich jetzt rot haben wir also schneller kann man sich umschalten oder grün die farben sind auch sehr schön wie auch noch hier heller dunkler machen oder schneller den fahrt wechsel wenn ihr etwas mit fahrt wechseln nimmt dann könnt ihr das schneller machen langsamer machen und die fernbedienung ist ganz gut oder wenn ihr sagt ne ganz aus ohne beleuchtung auch alles möglich also ich finde die fernbedienung ganz gut hier und das ist eine schöne sache mit dem fahrt wechsel hier oder runter da gibt es viele modis über die fernbedienung da könnt ihr also wirklich durch switchen bis der arzt kommt sage ich mal und das funktioniert und wirklich super leise ich habe jetzt gedacht die hätten so eine mindest lauf drehzahl von 900 oder 1000 umdrehen weil die liefen die ganze zeit mit fast 1300 drehungen und ja wenn ich sie also einzeln wie das über einen einzigen lüfter anschluss kann uns das mal zeigen hier wirklich so ein fünffach auf einem pwm anschluss und dann laufen wir jetzt alle mit knapp 484 könnt ihr auch noch weiter runter stellen aber ansonsten klappt das also wirklich wunderbar und wenn last drauf kommt klar fahren natürlich auch hoch wie ihr das macht wir die kurve einstellen also das ist schon eine schöne sache auf jeden fall meine freunde ja ansonsten gibt es hier ja auch jetzt nicht mehr viel wichtig war mir dass ich die lüfter auch regeln kann und das kann ich nicht über den controller woran es liegt muss ich vielleicht auch noch mal nachfragen woran das liegen kann ja ich werde mich da auf jeden fall mal schlau machen und ansonsten ja schließt er so ganz einfach über den pwm anschluss von bord an und dann ist es auch okay auf jeden fall sind sie leise ich kann mal hoch fallen wenn ihr das ist ja nicht verkehrt wir laufen jetzt hier mit 20 prozent jetzt sind 100 prozent oder eben wieder runter jetzt sind sie mal mit 40 prozent auch mit 40 prozent ich kann denn jetzt hier wirklich bis auf nur sitzen also die haben gar keine mindest drehzahl also wir haben gar keine mindest drehzahl viele haben ja wirklich so eine mindest drehzahl ich finde das richtig angenehm kann man richtig schön einstellen dann ist das gut so und die fragen wie gesagt sind auch sehr schön und ich habe jetzt die passende wasserkühlung noch dazu habe ich ja das letzt vorgestellt die neue von lc power die wird dann auch hier zum laufen kommen und man sieht das ganze natürlich wieder schön einheitlich aus weil auf der wasserkühlung sind die selben lüfter das ist natürlich sehr schön also meine freunde könnt ihr euch darauf freuen nächster bastelkeller haben wir wieder was schön zum zusammenbauen und dann gucken wir mal was hier so rein passt wie das ganze dann aussieht ansonsten bin ich vom gehäuse wirklich sehr angetan auch vom aussehen mit dem mit dem mesh und so weiter viel platz für festplatten grafikkarten stütze ist schon dabei wir können oben 360er wir können vorne 360er wir können hier unten auch noch lüfter aber jetzt sagt mir kann also ich mache mich unten noch so zwei stück oder drei lüfter rein ja mal gucken hier passt einer das sind zwei drei stück gehen hier unten rein drei stück habt ihr natürlich dann ist natürlich richtig eher floh angesagt warum nicht holt man sich noch drei lüfter dazu man kann man dann hier unten gerade für die grafikkarte noch mal so richtig schön schön schönes gehäuse ich kann immer nur zeigen entscheiden müsst ihr selber hat der eine sagt jetzt ne gefällt mir nicht muss man ja nicht ich kann es nur vorstellen ihr könnt entscheiden ich kann sagen die lüfter ich kann es sein super leise hat man selten bei preiswerteren gehäuse dass die lüfter wirklich sich so schön regeln lassen ja ich weiß dass ich habe ja wirklich auch schon einige gehabt der kai hat sich jetzt auch ein paar gekauft auch die haben eine mindest laufzahl von 900 und er sagt ja die hört man natürlich ja er kriegt sie aber nicht weiter runter geredet also jetzt hier das ist schön die kann man ruhig drin lassen die muss man die würde ich auch nicht wechseln sondern die würde ich so lassen wenn einer noch eine io sucht passende io dazu bist du fertig machst du dein system hier rein und dann kannst du freude haben ja meine freunde ich hoffe euch hat es gefallen wenn ihr fragen habt bitte ab in die kommentare ich beantworte euch alle fragen und wenn ihr daumen da lasst freue ich mich wenn ihr ein abo da lasst dann verpasst ihr natürlich das nächste video nicht oder die nächsten videos das heißt wir werden hier natürlich jetzt ein system einbauen wir werden hier schön die wasserkühlung verbauen wir werden die grafikkarten hier stütze nutzen und so weiter und so weiter dann gucken muss das ganze an wie das dann im endeffekt nachher fertig aussieht vielleicht mache ich noch ein strip mit rein mal gucken oder ich mache hier unten noch lüfter mit rein das entscheide ich jetzt immer so ein bisschen kurzfristig mal gucken was ich noch so da habe und ansonsten meine freunde was hat der kalle ganz zum schluss genau macht es gut bleibt vor allen dingen gesund und tschüss zusammen